Jo, hallo und willkommen Leute. Heute machen wir ein kleines Parkway. Let's play, let's show. Ich weiß dir aber nicht genau, was wir gerade machen. Das ist einfach so ein Video aus Just for Fun. Naja, nicht Just for Fun. Wir machen das alles so. Das ist ein neuer Raketenwerfer, der einfach so übelst wegfetzt. An. Das ist ein Raketenwerfer, da denkt man sich echt nur, what the freaking banana. Und da haben wir noch ziemlich viele andere Sachen. Ja genau, mein Freund, ich fliege da mit einem Wingsuit rum. Boom. Das war wohl im Fallen, ne? Kurat. So, wenn ihr die Map hättet, dann wäre das hier euer Spawnpoint. Das war schon eine Platte, das noch was. Ja, läuft. Läuft, 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 läuft. 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 wieder gewechselt man stadt die Türen die wollen was Böses machen die müssen uns Böses machen so dann haben wir noch das Asche der LK der LK 1.018 mit dem besten Visier der Zeiten ich frage mich aber immer noch mal die Galante lenken kann die da in den naja kann man ich schlage mal vor ich schieße jetzt irgendwie eine Rakete so hoch weil die Typen gehen wir da oben auf den Sack vielleicht treffe ich sie sogar oh eine Explosion ich will nach oben ich will mich mal kurz umbringen dann gehe ich nach oben da machen wir mal so hier oh dieses Geschrei nervt von den Typen als ob der das überlebt hat so jetzt aber hä ist er unsterblich oder was jetzt stirbt doch schon na endlich oder mal Zeit hier jetzt haben wir mal eine Mörsergranate hier überlebt ey geht ja gar nicht wie gesagt das ist euer schöner schicker Spawnpoint und die ganzen Waffen wunderbar aus hier auf in die Schlacht alle wo ist so mein freund ich würde wahrscheinlich da jetzt wenn ich gemütze rein war ja erstmal schon Munition wieder kauft na so das kann ich wieder spielen mal gucken ich kann euch mal zeigen ganz schön das ist ja nicht ob jetzt was wir so ein paar MGs hier so rumstehen haben das kann man halt steuern und unten rechts haben wir auch eine anzeige die dann zeigt ob sie bald überhitzt oder nicht so was hier ach cool ja dann machen das auch krieg hier die rassen komplett aus wo ist der Mörser überlegen wo können die sein wenn wir hier irgendwo sind ich kann einfach unser eigenes dorf hier in die luft jagen was sieht denn so aus hier heftig läuft und oh nein oh nein Mann der hätte ich noch gebraucht ne egal wo sind die Feinde ah nein 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 was so präzise kann auch keiner schießen was 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 wo wo oben was 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 waren alle wir haben ein mega viel wieder es ist alles Boom. So, so, da hat irgendeiner Hilfe gerufen, ich bin auf dem Weg, habe ich hier irgendwas, womit ich fahren könnte, Fishing Court, ah cool, ach geil, was war das, das war glaube ich dumm, oder, Dankeschön. Aber Rian, so, Rian geht jetzt mal in den Wagen, Dankeschön. Wo fangen wir jetzt hin? Ach so. Ich bin ehrlich überrascht, dass du so bist, ich dachte, Abliefer hätte gehen, wenn die Reaktion von Geld nicht für den Berufsverkauf schon hintertast. Ja. Was hat das getan, ich hab getan, ich hab getan, ich hab getan, okay. Religion baut keine Straft, obwohl ein Psychiose versklaven hat. Das war es noch nicht. Das war's doch. Das war's. Was ist denn das? Ich könnte es nicht mehr sein, oder? Was ist denn das? Ich bin schon mal bei uns. Ich bin schon mal so. Ich bin schon mal dran. Oh! Wir sind hier! Sind die sauer auf mich oder was? Sorry Leute. Aua. Wart auf. Aua. Aua. So sind die. Hey du. Das bringt ja gar nichts. Ach geil. Ich glaube das bringt was. Naja, aus viel Anlehrt man nun mal. Jetzt weiß ich genau. Auf die wird nicht mehr geschossen. Hm. Wo bin ich in dir gespawnt? Also. So dann wäre es auch mal. Das wäre es auch von meiner Seite aus. Ich habe nichts mehr zu berichten. Haut rein. Bleibt cool. Euer.